Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. August. Für Gehwegparker wird es im Kreis Darmstadt-Dieburg ungemütlicher, Abschiebung statt Hochzeit in Darmstadt und eine Anzeige beim Lasterfahrerstreik in Gräfenhausen. In Teilen des Landkreises Darmstadt-Dieburg werden Autofahrer, die ihr Fahrzeug unerlaubt auf dem Bürgersteig abstellen, häufiger zur Kasse gebeten. Ein solcher Verstoß kostet sie laut Bußgeldkatalog mindestens 55 Euro. Bei Behinderung, Gefährdung oder gar Sachbeschädigung droht zudem ein Punkt in Flensburg. In der Gemeinde Otzberg sei das Ordnungsamt bisher noch nicht so konsequent gegen Gehwegparker vorgegangen, berichtet der Leiter des Ordnungsamtes, Tobias Detamore. Das werde sich aber künftig ändern. Wo es möglich ist, werde man Parkflächen einzeichnen. In Griesheim setzt die Verwaltung auf präventive Maßnahmen. So wurden im Stadtgebiet Pfosten angebracht, die das Überfahren des Gehweges an bestimmten Stellen verhindern sollen. Im Fischbachtal werde laut Ordnungsamtsleiter Stefan Kühn bei der Ausstellung von Bußgeldern von Fall zu Fall entschieden. Rechtlich gibt es zur Duldung von Gehwegparkern unterschiedliche Auffassungen. Die Deutsche Umwelthilfe hält die systematische Duldung für rechtswidrig. Zu einem anderen Ergebnis kam jüngst das Oberlandesgericht in Bremen. Dieses hat den Behörden einen Ermessensspielraum zugestanden. Abschiebung statt Hochzeit in Darmstadt, Belgien ihren und ihr kurdischer Verlobter hatten in Darmstadt eine gemeinsame Zukunft geplant. Doch daraus wird zumindest vorerst nichts. Der Asylbewerber wurde festgenommen und abgeführt, als das Paar beim Standesamt in Darmstadt das Aufgebot für die Hochzeit bestellen wollte. Der Mann und ihren hatten sich über eine App kennengelernt. 2021 hatte der Kurde, der bis dahin in der Türkei lebte, Asyl in Frankreich beantragt. Dann kehrte er aber wieder in die Türkei zurück. 2023 beantragte er dann Asyl in Deutschland. Während seines Aufenthalts in der Erstaufnahme in Gießen, später in Darmstadt, intensivierte das Paar seine Kontakte. Ihren und ihr Partner planten eine gemeinsame Zukunft. Allerdings gilt für den Mann das Dublin-Abkommen. Darum die Falle im Standesamt. Die Stadt teilt mit, dass der Verlobte dort festgenommen wurde, weil er bislang nicht an seiner Adresse in Darmstadt angetroffen werden konnte. Er wurde nach Frankreich überstellt, weil er sich dort in einem laufenden Asylverfahren befindet. Für Belgien ihren und ihren Anwalt ist das nicht nachvollziehbar. Sie wollen wegen der Umstände der Abschiebung nun klagen. Die Odenwald-Gemeinde muss bis auf Weiteres auf eine kinderärztliche Versorgung im Ort verzichten. Erst zum 1. Dezember 2022 hatte die Kinderärztin Dr. Nesrin Karabul ihre Praxis in der Schwanenstraße eröffnet, doch es wird womöglich keine Sprechstunden mehr geben. Die Praxiseinrichtung sei am vergangenen Samstag von einem Umzugsunternehmen abgeholt worden, sagt Bürgermeister Horst Bitsch. Von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen hieß es, die Praxis sei aufgrund einer Erkrankung der Ärztin geschlossen. Karabul bestätigte dies und teilte mit, dass die Praxis vorerst bis Ende Oktober geschlossen bleibe. Warum aber Möbel und Geräte abgeholt wurden und die Festnetznummer nicht mehr vergeben ist, wollte die Medizinerin nicht beantworten. Bürgermeister Bitsch macht keinen Hehl aus seiner Verärgerung, die Ereignisse seien äußerst suspekt. Es wäre unverschämt, wenn die Kinderärztin die Praxis wirklich aufgeben würde, ohne die Gemeindeverwaltung darüber informiert zu haben. Für Höst sei nun wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, ob sie sich eine neue Kinderärztin suchen müssen, so der Bürgermeister. Im aktuellen Demografiebericht des Odenwaldkreises zeigt sich ein Trend, der den Kreis vor große Herausforderungen stellen könnte. Denn die Zahlen, die die Kreisverwaltung nun vorgelegt hat, weisen darauf hin, dass sich der Wandel in der demografischen Struktur manifestiert. Auffallend ist, dass in vielen Städten und Gemeinden des Odenwaldkreises außer in Erbach und Mossoutal eine besonders deutliche Abwanderung in der Gruppe vom Jugendalter bis zum 27. Lebensjahr zu erkennen ist. Gleichzeitig ist im Kreis ein eklatanter Anstieg bei den Senioren über 65 Jahren um 54% zu beobachten. Darüber hinaus wurde ein deutliches Schrumpfen der Bevölkerung in den vergangenen Jahren nur durch den Zuzug nichtdeutscher Menschen in den Kreis verhindert. Wir schauen nach Gräfenhausen. Im Streik osteuropäischer Fernfahrer wegen offener Lohnforderungen hat der polnische Spediteur Anzeige erstattet. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt sagt, im Rahmen der Anzeige werde neben anderen Delikten auch der Vorwurf der Erpressung erhoben. Ein Firmensprecher sagte, der Unternehmer sei in der vergangenen Woche bei der Staatsanwaltschaft in Darmstadt gewesen. Es habe auch Versuche gegeben, mit dem Bürgermeister der angrenzenden Kommune und der Polizei zu sprechen. Gespräche mit den seit zwei Wochen streikenden Fahrern habe es nicht gegeben. Michael Rudolf, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen, bezeichnete das Vorgehen des Unternehmers als bodenlose Frechheit. Das sei der Versuch, Opfer zu Tätern zu machen. Die mittlerweile rund 150 Fahrer geben an, seit bis zu fünf Monaten keinen Lohn erhalten zu haben. Sie wollen den Streik auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen fortsetzen, bis der letzte von ihnen sein Geld erhalten hat. Alle Infos zu diesen und vielen anderen Themen finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Die von prosecutoren sind eine Publikation